Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Carta, Imperia, Victoria aus dem Asmodee Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Carta, Imperia, Victoria. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Ein paar Übersichtspläne für die Spieler. Eine kleine Anleitung. Das hier ist die Rückseite, die eigentlich auf der Schachtel draufklebt, wenn sie zu ist. Dann gibt es hier eine schöne Metallmünze. Und hier gibt es diverse Zivilisationskarten. Eins, zwei und drei. Ja, das ist er schon. Der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Ihr nehmt jetzt diese ganzen Zivilisationskarten und mischt die nach den einzelnen Rückseiten durch. Das heißt, die Einser sind die Weißen, die Zweier die Grauen, die Dreier die Schwarzen. Und die mischt ihr durch. Und im Spiel zu zweit und zu dritt müsst ihr jetzt von jedem Stapel drei Karten einfach ungesehen aus dem Spiel nehmen. Das heißt, gemischt habe ich sie vorher schon. Einfach mal drei Karten ungesehen weg. Und dann macht ihr daraus einen großen Stapel, wo die schwarzen Dreierkarten unten sind. Und dann wird ihr dann die Grauen und oben drauf die Weißen. Das ist unser Kartenstapel, den wir spielen werden. Diese Kulturmünze legt ihr einfach mal hier dazu. Und dann bekommt jeder Spieler hier so einen Übersichtsplan. Und da gibt es einen, der ist hier oben so farbig. Und der Spieler, der diesen farbigen Plan kriegt, ist der Startspieler. Und hier steht einfach nur drauf, was die einzelnen Bereiche so bringen. Das legen wir einfach mal hin. Und dann verteilen wir noch an die Spieler ein paar Karten. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können die Basisvariante spielen. Da ist es so, dass einfach jeder Spieler drei Karten hier vom Stapel bekommt. Oder man spielt die Draft-Variante, wo jeder Spieler vier Karten bekommt. Eine Karte sich behält, die restlichen Karten an den nächsten Spieler weitergibt. Sich wieder eine Karte behält, die restlichen Karten wieder weitergibt. Und so weiter, bis jeder drei Karten auf der Hand hat. Und die vierte Karte ist dann einfach die erste Karte, die jeder Spieler in seine Auslage legt. Ich spiele jetzt die normale Variante, weil zu zweit macht das Draften jetzt keinen Sinn. Das heißt, jeder Spieler kriegt bei mir jetzt einfach drei Karten. Die decke ich euch jetzt dann gleich wieder auf. Ich werde hier ein bisschen Platz machen, dass wir hier die Stapel hinbauen können. Und damit ist der Aufbau des Spiels auch schon erledigt. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Karta Imperia Victoria ist ein Ziffspiel, bei dem es sowohl um den Aufbau einer Zivilisation als auch um Diplomatie geht. Sei der Erste, der die Vorherrschaft in einem der sechs Bereiche erringt und schreibe Geschichte. Aber behalte dabei immer deine Mitspieler im Auge. Du wirst Bündnisse eingehen müssen, um einen Gegner am Sieg zu hindern. Natürlich halten die nicht ewig. Und vergiss nicht, manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. In Karta Imperia Victoria geht es also darum, Karten bei sich auszulegen und hier eine Mehrheit zu generieren. Und hier sieht man auch, um was es im Endeffekt geht. Es geht darum, dass man im Spiel zu zweit acht Karten einer Sorte, das sind die sechs verschiedenen Sorten, bei sich liegen haben muss, um das Spiel zu gewinnen. Oder bei drei und vier Spielern sieben Karten einer Sorte bei sich liegen haben muss. Diese Karten haben dann auch noch besondere Auswirkungen. Zwei verschiedene, je nachdem, wie viele Karten ich vor mir liegen habe. Und das steht zum einen hier in Kurzform auf diesem Tableau drauf. Aber die richtige Erklärung findet sich hier in der Anleitung, wo wirklich pro Zweig hier eine ganze Seite immer drauf ist, wo das sauber erklärt ist, was das alles bedeutet. Und das ist am Anfang sehr hilfreich, denn die ersten Runden werdet ihr euch noch fragen, was soll das jetzt ja alles sein? Was mache ich denn jetzt hier genau? Das könnt ihr dann nachlesen. Ich werde euch jetzt mal mit offenen Karten spielen. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Spieler am Anfang drei Karten auf der Hand hat. Auch das kann sich im Laufe des Spiels noch ändern, je nachdem, was ich eben im Bereich Religion zum Beispiel hier habe. Also, auf den Karten ist einfach immer eine von diesen sechs Zweigen drauf. Und das Ganze hat man normalerweise eben in seiner Hand. Jetzt beginnt der Startspieler das ganze Spiel. Und eine Runde gliedert sich immer in drei Aktionen. Die erste Aktion, die man machen muss, ist immer eine Karte aus seiner Hand ausspielen. Dabei bildet man einfach verschiedene Kartenstapel, also im Höchstfall sechs verschiedene Reihen, wo man die Karten drauflegt. Da ist immer nur ein Bild und das gleiche Symbol drauf. Und hier geht es einfach nur darum, um die Menge an Karten. Als zweites kann man eine Aktion einer Kartenreihe nutzen. Dafür gibt es pro von diesen sechs verschiedenen Dingern drei Aktionen im Endeffekt, die man irgendwann nutzen kann. Schauen wir uns gleich näher an. Das ist eine sehr interessante Mechanik. Ja, und als letztes muss ich wiederum eine Karte nachziehen oder so viele Karten nachziehen, dass ich wieder meine Starthand habe. Am Anfang, wie gesagt, drei Karten. Später dann, wenn die Religion entsprechend ist, fünf oder sogar sieben Karten. Gut, schauen wir uns die einzelnen Bereiche am besten mal an. Also, wie gesagt, der Startspieler ist der mit dem farbigen Teil hier oben drauf. Der fängt einfach an und legt einfach eine Karte mal raus. Ich sage, ich lege jetzt hier mal die Wissenschaft raus. Dann könnte ich etwas benutzen und da muss ich eine Karte nachziehen. Wie ist das mit dem Benutzen? Fangen wir mal damit an und gehen mal die einzelnen Dinge einfach durch, damit wir das besser verstehen. Jeder Bereich hat immer drei Aktionsmöglichkeiten. Und zwar gibt es zum einen die Möglichkeiten des sofortigen, dauerhaften Effekts, den ich immer habe, sobald ich eine entsprechende Anzahl Karten dieser Art vor mir in dieser Reihe liegen habe. Und dann gibt es als zweites einen Abwurf-Effekt, den ich dann nutzen darf, wenn ich eine Karte dieser Reihe auf dem Ablagestapel werfe. Das heißt, ich verliere wieder eine aus der Reihe. Damit kann ich mir natürlich meine dauerhaften Effekte kaputt machen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zweispielerspiel brauche ich drei Karten der gleichen Sorte untereinander, um die erste Stufe des dauerhaften Effekts zu nutzen. Und wenn ich fünf Karten der gleichen Sorte untereinander habe, darf ich auch die zweite Stufe dieser Sofortaktion nutzen, dieser dauerhaften Aktion. Und mit der Abwurf-Aktion gibt es eben eine andere Aktion und da wird es eben wieder weniger in den Stapeln. Und das Endziel ist eben, ich muss acht Karten beim Zweispielerspiel jetzt einer Sorte untereinander liegen haben. Das heißt, wenn ich von meiner Supersorte ständig welche wegwerfe, um eine Aktion zu nutzen, werde ich diesen Stapel nie vollkriegen. Also ich muss mich schon ein bisschen spezialisieren. Ich werde nicht sechs Reihen kriegen, die alle super gut laufen, sondern ich habe da entsprechend schon, ja, muss ich mich entscheiden, was ich nutze. Was gibt es für verschiedene Bereiche? Wir haben zum einen das Militär, das sind diese roten Karten. Wenn ich davon drei Stück bei mir liegen habe, kann ich die Aktion nutzen. Ich kann dann übrigens auch mehrere Aktionen nutzen, wenn ich entsprechende Kartenstapel habe. Also wenn ich jetzt von mehreren Karten stapeln drei Karten vor mir liegen habe, kann ich die der Reihe nach durchnutzen, wie ich das möchte. Das ist also kein Problem. Also Militär. Habe ich drei Karten vor mir liegen, darf ich die Aktion nutzen, um eine Karte aus meiner Hand auf dem Ablagestapel zu werfen. Damit kann ich einfach eine Karte loswerden, die ich irgendwie nicht brauchen kann, um dann am Ende meiner Runde eben mehr Karten neu nachzuziehen. Wenn ich die Stufe zwei erreicht habe, also fünf Militärkarten untereinander liegen habe, darf ich schon zwei Karten aus meiner Hand abwerfen. Und wenn ich jetzt den Angriff nutze, bedeutet, ich habe Karten ausliegen und werfe eine davon dann weg. Ich muss immer erst die Karte ausliegen haben, ich kann sie nicht direkt aus meiner Hand wegwerfen, sondern sie muss erst mal auf dem Tisch liegen. Wenn ich davon dann eine Entferne, eine Militärkarte, dann suche ich mir einen Bereich aus von meinen Bereichen, die ich hier habe und wirfe eine Karte aus diesem Bereich in den Müll. Und alle anderen Spieler müssen auch eine Karte aus diesem Bereich, den ich weggeworfen habe, wegwerfen, sofern sie natürlich haben. Das heißt, hier kann ich schauen, die Spieler haben das und das recht viel, ich habe davon ganz wenig, dann werfe ich die Karte jetzt weg, die grüne von mir aus, und dann müssen alle anderen Spieler auch eine grüne Karte wegwerfen. Das zweite, was wir haben, ist die Religion. Das ist das hier mit diesem Häuschen drauf. Das ist eine Sache, wo ich am Anfang immer sage, das ist recht wichtig, meiner Meinung nach, denn damit kann ich mein Handkartenlimit erhöhen. Dann habe ich drei Karten der Religion vor mir liegen, dann habe ich das Handkartenlimit auf fünf Handkarten erhöht, die ich dann immer nachziehen darf. Und da habe ich fünf von diesen Karten vor mir liegen, ist das Handkartenlimit schon bei sieben. Werfe ich eine von diesen Religionskarten ab, dann wähle ich mir einen Spieler aus, nehme alle seine Handkarten von dem auf die Hand und gebe ihm dann die gleiche Anzahl an Karten zurück. Ich darf sie mir natürlich durchschauen, schauen, was will ich alles behalten und gebe ihm dann die gleiche Anzahl Karten, die er hatte, wieder zurück, eben anders sortiert, wie ich es gerne hätte. Die Wirtschaft, das ist das Gelbe hier. Hier in der ersten Stufe darf ich eine Karte aus meiner Auslage auf den Ablagestapel werfen und im Gegenzug sofort eine Karte aus meiner Hand rauslegen. Das heißt, ich habe da nicht so die Möglichkeit, eine Karte am Anfang rauszulegen, sondern wenn ich da eine Karte entferne, kann ich noch eine zweite Karte aus der Hand rausspielen. Was mich natürlich vielleicht ein bisschen nach vorne bringt. Wenn ich mal fünf Karten der Wirtschaft draußen liegen habe, darf ich das sogar mit zwei Karten machen. Wenn ich eine Wirtschaftskarte wegwerfe, dann darf ich sie aus meiner Auslage nehmen, also diese eine Karte, die ich wegwerfe, und einem anderen Spieler auf einem beliebigen Bereich verdeckt drauflegen. Und dieser Bereich ist für diesen Spieler für die eine Runde, wenn er drankommt, dann blockiert. In der nächsten Runde darf er die Karte allerdings dann wegwerfen. Das nächste, was wir haben, ist die Wissenschaft. Das sind die grünen Karten. Wenn ich hier drei Karten vor mir liegen habe, dann darf ich, wenn ich die Aktion nutze, mir eine Karte, die draußen liegt, wieder auf die Hand nehmen und eine andere Karte sofort ausspielen. Das heißt, das ist so ähnlich wie die Wissenschaft, nur dass ich da eben die Karte behalte und nicht wegwerfe. Und bei der höheren Stufe ist es eben so, dass ich das mit zwei Karten machen kann. Zwei beliebige Karten aus der Auslage auf die Hand nehmen und zwei neue rauslegen. Die Aktion, wenn ich die Karte wegwerfe, ist der Durchbruch. Und hier ziehe ich die fünf obersten Karten von diesem Stapel und behalte mir die, die ich haben möchte, muss aber weitere fünf Karten aus diesem Stapel dann abwerfen. Das heißt, ich darf nicht alle Karten behalten, sondern fünf suche ich mir halt raus, die ich dann wirklich behalten möchte, mit diesen fünf neuen Karten zusammenmischen und fünf Karten hinwegwerfen. Dann haben wir Utopia. Das ist das rote hier unten. Da ist es so, dass wenn ich da drei Karten vor mir liegen habe, dann darf ich den Ablagestapel durchsuchen, wenn ich diese Aktion nutze und mir eine Karte auf die Hand nehmen. Und wenn ich diese höhere Stufe habe mit fünf Karten, dann darf ich mir sogar zwei Karten aus diesem Ablagestapel zu mir nehmen. Die Aktion, die ich nutze, wenn ich diese Karte wegwerfe, ist die Demokratie. Dann nehme ich einfach die Karte, die ich wegwerfe und stecke sie einem anderen Spieler hinten in den Stapel verdeckt rein. Und das bedeutet, der Spieler braucht für diesen Stapel eine Karte mehr, um diese Höchstkartenzahl zu erreichen. Also, stecke ich ihm die Karte in einen Stapel hinten rein im Zweispielerspiel, brauche ich nicht mehr acht Karten dieser Karte, sondern neun Karten. Das ist ziemlich viel und man kann nicht nur eine Utopia-Karte hinten reinstecken, sondern wenn man das öfters nutzt, kann man auch einen Bereich richtig vollbuttern, dass der Spieler einfach nicht mehr klarkommt und einfach das nicht mehr vollkriegt. Das letzte, was wir haben, ist die Kultur. Die Kultur ist das einzige, wo es keine Wegwerfaktionen gibt, sondern nur eine einzige Aktion und die heißt einfach, ich kopiere den Effekt eines Kartenstapels eines anderen Spielers von etwas, was ich zum Beispiel nicht habe oder wo der andere Spieler schon Stufe 2 hat und ich als Stufe 1. Dazu muss ich aber mehr Kulturkarten haben wie jeder andere Spieler. Das heißt, ich schaue, hat irgendein Spieler mehr Kulturkarten wie ich, dann kann ich die Aktion gar nicht nutzen. Bin ich der einzige Spieler mit den meisten Kulturkarten, dann kann ich einfach diese Münze nehmen auf einem beliebigen Stapel, wo drei oder eben fünf Karten des anderen Spielers schon liegen, das da drauflegen und diese Aktion für mich nutzen, weil ich die Karten eben noch nicht habe oder vielleicht nicht so viele draußen liegen, habe. Ich darf aber keinen Effekt kopieren, den ich selber bereits habe in der gleichen Stufe. Das heißt, habe ich schon fünf Karten der Wissenschaft draußen liegen und könnte das selber nutzen, darf ich nicht die Münze auf dem anderen Fünfer-Wissenschaftstapel drauflegen, um diese Wissenschaft nochmal zu nutzen. Es muss was anderes sein, von dem ich eben noch nicht genug habe. Wenn ich das selber habe, darf ich es nicht nutzen. Habe ich allerdings, wie gesagt, von mir aus drei Karten Wissenschaft und ein anderer Spieler hat fünf Karten, dann darf ich es wieder drauflegen, weil ich dann bei ihm die zweite Stufe nutzen kann und bei mir ja nur die erste. Hier ist es auch so, dass ich einfach nur mehr Karten von dieser Kultur haben muss, wie die anderen Spieler. Hier ist es wurscht, ob ich drei oder fünf Karten habe, da gibt es ja auch keine Abstufung. Hier geht es einfach nur darum, mehr Karten zu haben, wie die anderen Spieler. Das heißt, habe ich nur eine Kulturkarte und die anderen Spieler haben keine. Habe ich mehr wie sie und kann eine Aktion kopieren. Gut, so läuft das Ganze dann eben ab, dass die Spieler jetzt hier ihre Karten rauslegen, neue Karten ziehen, die Aktionen nutzen, entweder dadurch, dass sie viele Karten haben oder Karten wegwerfen und eben versuchen, eine Reihe auf acht Karten im Zweispielerspiel oder sieben im Spiel mit Mehrspielern zu bringen. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie das Spiel enden kann. Schafft ein Spieler es, im Zweispielerspiel acht Karten untereinander zu legen oder im Drei- und Vierspielerspiel sieben Karten untereinander zu legen, hat er sofort das Spiel gewonnen, da gibt es überhaupt keine Diskussion, da ist sofort aus und alles ist gut. Ist dieser Stapel aber komplett durch, dann spielen die Spieler noch die Runde zu Ende bis zum Startspieler und dann wird geschaut, wer das Ganze gewinnt. Und zwar wird jetzt jeder Bereich verglichen mit den anderen Spielern. Ich schaue sich die Militärkarten an und gucke, wer hat die meisten Militärkarten vor sich liegen. Gibt es einen Spieler, der mehr Militärkarten hat wie alle anderen Spieler, bekommt dieser Spieler einen Punkt. Gibt es einen Gleichstand bei den meisten Karten der Militärkarten, kriegt da jeder Spieler einen Punkt. Und sie geht bei jedem Bereich einfach durch und immer der mit den meisten kriegt einen Punkt. Und dann schaut man einfach, wer insgesamt von diesen sechs Bereichen die meisten Punkte generiert hat. Und dann hat man einfach einen Sieg durch eine Mehrheit. Ja, das sind soweit die Regeln des Spiels. Es liest sich in der Anleitung am Anfang etwas seltsam. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, aber dann habe ich es verstanden. Am Anfang ist es auch so, dass die Spieler erstmal nur Karten rauslegen, neue Karten ziehen, bis einer mal irgendwo drei Karten gleicher Sorte hat. Und das nutzen zu können überhaupt, das zieht sich ein bisschen. Ich mache jetzt hier auch kein Beispielspiel, weil wie gesagt, das ist ein bisschen langweilig für euch, wenn ich das jetzt zeige. Man kann diese Aktion natürlich nutzen, um auch die Gegner ein bisschen zu ärgern. Aber so richtig Flow kommt bei zwei Spielern schon mal gar nicht auf. Bei drei und mehr Spielern wird es dann besser. Am Anfang braucht man auch noch die Anleitung, weil einfach diese Erklärungen hier auf diesem Tableau nicht so super gut sind. Also man versteht es nicht gleich, was die von einem wollen. Wenn man es mal gespielt hat, ein paar Mal, dann ist es klar, was das Ganze bedeutet. Und so legen die Spieler einfach immer Karten raus, machen Aktionen, werfen Karten weg, nutzen die Wegwerfaktionen und versuchen die anderen Spieler zu blockieren. Schauen immer, was machen die anderen Spieler, was sammeln die anderen Spieler, was kann ich von denen vielleicht nutzen mit meiner Kultur. Wo kann ich ihm was verbauen, wo kann ich ihm vielleicht eine Utopie dahinter schieben, dass er mehr Karten braucht. Wo kann ich ihm was sperren, dass er da nicht weiterkommt. Also ruhig auch mal ein paar Karten rauslegen, die man jetzt nicht für einen Stapel braucht, nur um sie einfach wieder wegzuwerfen. Wie gesagt, die Religionskarten finde ich recht wichtig, weil sie das Handkartenlimit erhöhen und damit mit fünf oder sieben Karten ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe zu agieren. Auch die anderen Karten sind natürlich nicht dumm. Militärkarten, wie gesagt, kann ich Karten aus der Hand wegwerfen, wenn ich nur Mist auf der Hand habe. Oder eben mit jetzt den Wissenschaftlern oder den Wirtschaftskarten kann ich eben Karten aus der Hand zusätzlich rauslegen, indem ich entweder eine Karte hier wegwerfe oder aus der Hand eine wegwerfe. Ein interessantes Spiel, was nicht jede Spielergruppe ansprechen wird, aber es macht durchaus Spaß, wenn man sich mal drauf einlässt. Es ist halt ein bisschen ein anderes Kartenspiel, bei dem es jetzt mal nicht darum geht, Stiche zu machen, sondern einfach darum, viele Karten der gleichen Sorte zu sammeln und eben alles im Überblick zu behalten, was die anderen Spieler so treiben und sich da eben ein bisschen einzumischen. Am Anfang ist es, wie gesagt, ein bisschen böde, weil alle Spieler erstmal nur Karten rauslegen und neue Karten ziehen, bis sie mal die ersten Aktionen haben. Aber sobald die ersten Stapel dann draußen liegen, dann gibt das Spiel Gas und dann gibt es hier auch eben mehr Aktionen, die man nutzen kann und dann kann man eben richtig schön ins Spielgeschehen eingreifen. Ihr müsst halt diese erste Phase kurz überstehen und dann geht es aber richtig zur Sache und dann macht das Ganze auch irgendwie wirklich Laune. Es ist, wie gesagt, ein schönes Ärgerspiel, wenn man hier auch die Karten nutzt, um andere Spieler eben zu beeinflussen, dann ist das ein richtig schönes Gemetzel. Wenn jeder jetzt nur vor sich hinspielt und die anderen Spieler nicht beachtet, ist es natürlich ein bisschen langweilig. Also man muss natürlich auch die Aktion nutzen, um die anderen Spieler ordentlich hier reinzureiten und dann hat man hier ein richtig witziges Kartenspiel mit taktischer Komponente, mit ein bisschen Glück. Und ja, uns hat es ganz gut gefallen und ob das was für euch ist, das dürft ihr jetzt selbst entscheiden. Das war sie, meine Spielevorstellung von Carta Imperia Victoria aus dem Asmodee Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's das gut, euer Michael.